ein wunderschönen guten morgen es ist mittwoch der 30. november 8 uhr 52 mein name ist carlos martin sie hören mich live aus dem traders club trading raum und wir bereiten uns wieder für unseren dax trade form wir haben heute eine sehr sehr kleine range und nur 15,5 punkte wir haben für uns so festgelegt dass eine minimum range von 15 punkte es mindestens sein muss würde sie kleiner sein würden wir eintreten nicht machen die aufschaukelungsgefahr wäre denn hier zu groß deswegen wir nutzen diese box wir haben noch zwei minuten ich platziere sind die grüne und die rote order wir brauchen heute nichts verändern sondern nehmen diese box das einzige was sich verändern muss ist kurz das risiko 0,10 das bleibt natürlich eine minute 48 ich melde mich dann gleich noch mal wenn ihr die order scharf schalten so und wir schalten die box scharf oder ist platziert long bei 10 629.9 short bei 10 614.40 risiko alles das stimmt soweit melde mich dann gleich noch mal so es ist noch nicht 9 uhr und wir sind aus der box schon raus beziehungsweise sind short wir sehen hier an dem indikator sind also jetzt schon unter tipp heute liegt bei 10 5 98 unter der big number ich melde mich gleich noch mal ok es ist 9 uhr 4 wir sind im trade nummer zwei und gehen hier auch wahrscheinlich gleich raus mit dem trade nummer zwei wir sehen hier tech profit liegt bei 10 646 schauen wir mal so wir sind jetzt raus ich zeichne kurz den trade aus es ist 9 uhr 6 der klassiker so also ging heute beim zweiten trade das ist eigentlich so ein klassiker im dax gerade bei so einer geringen trading range trade nummer eins und zwei und haben dann praktisch unser gewinn ziel erreicht und ja da wünsche ich euch allen noch einen erfolgreichen handelstag heute ging es relativ zügig und wenn ihr lust habt könnt ihr morgen dann wieder einschalten wünscht wie gesagt euch gute trades noch bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020